servus miteinander und herzlich willkommen wieder zurück zum motorsportmanager der große preis von tondela steht bevor und wir starten von der 15 mit rodriguez und mit bau tank wie erwartet von der 20 aber wie schon hundertmal erwähnt er ist nur dafür da damit ein bisschen geld einbringt und mit etwas glück können wir ihn noch mit wutwort ersetzen diese saison naja weiter startaufstellung ist eigentlich irrelevant für uns wir bleiben hier bei rodriguez denn was soll tang da hinten schon reißen ich wette in zwei runden ist ja komplett abgeschlagen wenn tang in der ersten runde keine angst hätte dann könnte es gar weiter nach vorne kommen rodriguez kann sich doch vorbeimogeln du bist ja immerhin in tang auf der 19 wer hätte das gedacht vor kanjiro ich würde so lachen wenn tang nicht letzter wird weil letzter werden kann reviro genauso gut so rodriguez mittlerweile auf der 14 ja und die beiden steinmanns zeigen was in ihnen steckt so rodriguez greift jetzt schmidt von winzer an aber es reicht nicht jetzt reicht es sehr gut und bautagen ist direkt auf die 20 wieder zurückgefallen na komm reduzieren wir mal unseren einsatz ein bisschen naja tank muss einfach nur durchkommen war schon lustig wollte ich sagen wie er teiler hinter sich halten kann aber ab jetzt wird er verlieren wo er jetzt in schonen modus muss er soll einfach nur durchfahren er soll durchkommen und das passt schon bei rodriguez haben wir doch ein bisschen größere pläne na komm hol dir den kitano da vorne so alle anderen sind mittlerweile im schonen modus schmidt und fox schon ihre reifen da können wir durchaus auf neutral runter gehen na jetzt schon nur noch fox in unserer strategie ist halt wie immer so lange wie möglich draußen bleiben das auto von tang sieht noch relativ schuss aus das von rodriguez ebenfalls aber es sind gerade mal fünf runden gefahren und tank verheizt da hinten seine reifen ohne ende die reifen von el sadat werden es nicht mehr lange mitmachen naja vielleicht lasse ich den tank auch auf der felge durchfahren wer weiß das schon gut das jetzt mal an der schon schon viel länger und seine reifen sind viel schlechter ja da merkt man wirklich dass ein guter fahrer wirklich dringend benötigt wird aber tank ist momentan für den übergang da das passt schon sobald wird tank überrundet moment die frage ist wenn ich dann jetzt komplett auf schon lasse also auf alles schonen wenn der dann mit dieser konfiguration durchfahren interessante vorstellung zumindest ist rodriguez der schnellste unter den hartereifen nutzern das ist doch auch schon mal was wert was karl becker ist dank stahl oder anteiler vorbeigekommen dann gucken wir mal wie es da vorne weiter geht bis jetzt sind noch alle autos im rennen noch keiner ausgeschieden im letzten rennen hatten wir zu diesem zeitpunkt schon zwei oder drei ausfälle ja ich weiß dass die verschleißen jetzt hätten wir die mal kurz auskühlen lassen damit wir da länger drauf bleiben können das kostet uns jetzt natürlich ein bisschen zeit aber ja was willst du denn da machen ich hoffe mal dass wir zumindest achter werden das wäre schön also ich glaube eine gute temperatur ist erreicht dadurch dürften die nicht mehr so schnell verbrennen hört euch das mal an 59 prozent auf den harten reifen echt phänomenal tang ich glaube tang werden wir innerhalb dieser saison noch mal austauschen müssen da wird kein weg dran vorbeiführen hoffentlich ist footfort dann bereit für verhandlungen sechs wochen wir tanken ungefähr zwei drei rennen für uns fahren hoffentlich wird die wie soll ich sagen blaue flaggen für bautang mittlerweile nicht schlecht dann merkt man es halt wieder das auto ist nicht alles wobei gut ist unser auto ja auch nicht und bautang ist halt mit der mieseste fahrer im ganzen feld so edda hat sich mal neue reifen geholt hat es aber noch geschafft vor uns auf die strecke zu kommen irgendwie ich dachte wir wären auf dem start zielgerade naja so als sie in der box war aber naja es tut ihm Wahrheit nicht so wenn ich nochmal naja sag dann haue ich mich selbst so und da haben wir elster datt überholt elster datt steht sehr lange an der box da kommt sogar bautang noch an ihm vorbei ja die ki repariert einfach das gesamte auto das ist ein problem die ki so lipon überrundet gegenwärtig tang also wie gesagt wenn bautang 19er wird dann bin ich fast schon glücklich damit dass sich elster datt nochmal weiche reifen geholt hat das verstehe ich auch nicht so rodriguez auf die 12 vorberutscht flora ist jetzt an der box steht aber nicht halb so lang wie man es gerne hätte wie da steht nicht so lang aber das ist rodriguez ja nach angriffsreich weil das problem ist rodriguez wird ja auch bald an die box müssen noch 30 runden naja kann ja lustig werden und tang hat wieder irgendwo seinen platz verloren gegen elster datt naja mit alten abgenutzten harten reifen gegen halb abgenutzte softer reifen und dann noch fahrertalent ja da wundert es einen nicht dass man plätze verliert naja so rodriguez wird von der wolf angegriffen kann das sein blöd dass vor uns fast alle schon an der box waren und modi fox und bergmann werden deutlich länger auf ihren mittleren reifen draußen bleiben können als wir auf unseren harten ich glaub vidal war grad an der box oder und hat sich auch nochmal seine abgelutschten geholt aus dem qualifying waaah das fox schon hier vorne aber modi sind wir noch dran 29 prozent verdammt können die gute haushalten mit ihren reifen na klar ein zwei verbremse und das rennen ist erledigt naja holen wir mal tang rein und sorgen dafür dass er das rennen durchfahren kann mit etwas pech kann er nicht einmal durchfahren ja grulle muck ja dafür sieht sein auto noch relativ gut aus na dann mach mal so fox steht an der box fox steht aber nicht besonders lang was ein problem für uns darstellt vor allem weil wir jetzt mal rein müssen die hefte des renns ist absolviert ja wir werden auch sehr lange stehen müssen oh guck mal das ist unsere sponsorenprämie der lipon blöd dass wir jetzt gleich an die boxen müssen ja blaue flamen für baotang ich glaub eine runde bleiben wir noch draußen und dann gehen wir jetzt rein dann holen wir uns noch einmal harte dann können wir eventuell durchfahren wir haben die reifen halt wirklich nicht sehr lange gehalten wenn ich mich bei der konkurrenz umgucke nun gut dann nimmt sich sprit noch für ein bis zum schluss mit ja reparatur wäre vielleicht nicht verkehrt auf nummer sicher zu gehen und go ja das wird uns jetzt wieder alles kosten was wir gewonnen haben oh ne großartige reparatur und wir sind dreizehnter im zwölften kommen wir noch ran an den achten nicht mehr das ist schlecht mit vor uns alles also vor uns sind alles top teams naja rodriguez kann gegenwärtig frei fahren scheinen wir mal dass wir ihn ein bisschen näher ranbringen an schmidt und dann müssen wir leider auf den mittelkurs gehen so langsam trennt sich die spreu vom weizen und dummerweise sind wir die spreu ja gut wenn schmidt noch einmal stoppen muss dann könnten wir an dem vorbeikommen das ist der wolf ne das ist nicht der wolf das ist vial ein steinmann lass mich raten blöde flaggen was zur helle war das jetzt wieder wie kann man so unverschämt sein und die blauen flaggen auch noch mit ausnutzen dieser der wolf ne das war jetzt wirklich mehr als gemein von dem so teile jetzt an der box tang wird es aber nicht näher heranbringen wird ja mittlerweile schon vom gesamten feld überrundet weißt du vial bremst uns aus und der wolf kommt vorbei also wenn das nicht mal irgendwie eine schiebung war dann weiß ich auch nicht das regt mich schon irgendwie auf weil wir jetzt nicht mal in der angriffsreichweite sind wenn sich vial der wolf holt drei sekunden hinter der wolf und ich schätze der wolf kann auf seinen Reifen auch zu Ende fahren wenn er die weiterhin so schont das problem ist halt wir können halt unser auto nicht belasten aus dem einfachen grund weil der zustand halt mies ist und durchfahren ist momentan wichtiger als alles andere etwas glücker fallen da vorne noch ein oder zwei autos aus dann rutschen wir noch in die sponsorenprämie rein aber punkte gibt es leider keine dafür naja wenigstens bekommen wir geld von bau tang das trostet einen schon ein bisschen so bau was machst du schießt du uns ab nun ja hey 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 was zur hölle ja klar jetzt rutscht gleich der nächste durch Warum denn nicht? Oh. Ja, Rodriguez, aber du musst draußen bleiben. Wieso bekomme ich jetzt schon blaue Flaggen? Weißt du, da kommt so ziemlich jeder dran durch vorbei. Bergmann und der Wolf haben beide dasselbe Manöver gegen uns ausgenutzt. Und Lundquist gleich auch. Nee, wir lassen Lundquist einfach so vorbei. Warum denn nicht? Hauptsache, Bauhutagen hat Spaß. Naja, da hat Vidal nicht sehr lange gestanden. Nö, weißt du was? Darauf habe ich keine Lust. Wozu solltest du reparieren, ne? Halt einfach mal das gesamte Feld auf und gut ist. Also, jetzt sind hier zwölf da. Die Frage ist, ob Bergmann auch nochmal muss. Es sind ja immer noch zehn Runden. Aber schon doof, dass man auf einem Satz harter Reifen nicht durchkommt. Ja, und da ist er wieder. Der Vidal. Der hat halt die schnelleren Reifen, ne? Der hätte sich doch auf mittlere wechseln sollen. Oder auf unseren Weichen. Ja, ich glaube, das wäre die Lösung gewesen. Auf unsere Weichen nochmal gegangen. Und dann zum Schluss nochmal ein Stint auf den mittleren. Auf den harten, komplett durchfahren. Nee, da hast du keine Chance. Dass noch keiner ausgeschieden ist. Wundert mich ja auch ein bisschen. Weißt du was? Auch wenn das jetzt kompletter Humbug ist. Holst du dir jetzt nochmal die Reifen hier. Mhm. Das wird uns Zeit kosten, definitiv. Aber wir machen's. Wir hätten zwar auf den harten durchfahren können. Aber irgendwo ist es mir dann doch lieber, dass wir nochmal so richtig angreifen können. Wir hätten nach und nach E-Plätze verloren. Ich weiß, dass du reichlich Benzin hast. Aber du hast keinen Frontspoiler mehr. Ach, weißt du was? Hol dir einen Frontspoiler. Hol dir ein neues Auto. Was soll da noch schief gehen, ne? Oh, da ist jemand ausgeschieden. Hier ist ausgeschieden. Auf jeden Fall einer hinter uns. Ja, Fehler bei den Reparaturen. So, Rodriguez. Du kämpfst jetzt mit Tang. Ich hoffe mal, Tang wird nicht komplett übergeschnappt. Äh, schnappt nicht komplett über. So, aber dafür kommt... Tyler ist ausgeschieden. Damit kommt Tang auf den 19. Platz. Ja, ich weiß, dass die da hinschmelzen. Aber da du die Reifen ja eh gleich verbrennst. Na komm, greif mir nochmal hier richtig an. Vielleicht spürt es uns ja noch minimalst nach vorne. Okay. Auch wenn es unser Auto nicht mehr mitmacht. So, Rodriguez ist jetzt auf der 14. Reifen auf 20. So, da vorne ist Kanjiro auf ihren harten Reifen. Die holen wir uns auch gleich. Aber dann DeWolf und Vidal werden wir nicht mehr rankommen. Dann bergt man auch nicht. Es sei denn, die müssen alle nochmal stoppen. So, Kanjiro macht Platz. So, wunderbar. Hm. Der Hexboiler wird bald abfliegen. So, jetzt bräuchten wir irgendwie ein Wunder, dass vor uns noch zwei oder drei an die Box müssen. Also die in Angriffsreichweite sind. Oder ausscheiden. Ja, das Rennen ist vorbei. Ja, Tang. Das war wirklich übel. Du wirst diese Saison nochmal ersetzt. Keine Sorge. Du bist nur eine Zwischenlösung. Um unsere anderweitigen Probleme ein bisschen in den Griff zu bekommen. Genau, das ist nicht übel. Gute Arbeit. Herzlichen Glückwunsch, Larsen. Doppelsieg von Steinmann. Ja. Wie schon gesagt. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Und Scuderia wird nicht mitfahren können oben, weil die Erde halt nicht ganz so gut ist. Vielleicht haben wir ja Glückwunsch, ein paar Leute haben gepanschte Teile dabei. Nö, keine gepanschten Teile. Bautang hat nur zwei Runden verloren. Nö, vier. Vier Runden hat er verloren. Ja, in diesem Rennen war deutlich mehr drin. Aha. Aber momentan sind wir noch voll im Soll. Klassenerhalt sollte sicher sein. Weiter. Ich glaube, ich bin mal gespannt, wie viel Kohle uns der gute alte Bautang eingebracht hat. Und, gab es bei dir Verbesserungen? Hm, wieso solltest du auch? Ist ja auch nicht mehr der Jüngste und schon am Zenit. Ja, und da geht es jetzt ein bisschen rückwärts. Weil er halt nichts mehr leistet momentan. Unsere Teammarktfähigkeit ist auf 92% abgefallen. Und 7.252.000 verdient. Sehr schön. So, Bautang muss uns jetzt ein paar gute Sponsoren einbringen. Der Öste gewinnt in Mailand. Dragon Ray Steam. Irgendwann haben wir Punkte geholt. Bowl, Sipta. Jo, zwei Punkte. Und Sarp fährt immer noch ganz hinten mit, ne? Jo. Jetzt soll ich denen den Bautang zurückgeben. Guck mal. Ich hab ne relativ gute Sponsoren-Dingskirchen mittlerweile. Ich sag, kommt gleich ein neuer Sponsor rein. Ich hoffe mal, das wird sich lohnen. Hm, ja klar. Sie haben im letzten Rennen mit Tang einen schnellen Boxenstopp versucht, was aber zu einem Fehler geführt hat. Ihr Vorsitzender hat die Entscheidung kritisiert und sagte, Motorsport sei kein Glücksspiel. Da hat er recht. Ich hätte vorsichtiger sein sollen. Puh, wenigstens haben wir es mit dem nicht verscherzt. So, dann beenden wir mal das Interview. Larsen gewinnt den Grand Prix. Weißt du was? Darf ich hier immer noch einfach hin und wieder ein paar Pünktchen holen? Könnten wir es doch mal riskieren, ein bisschen Geld anzufordern. Mhm. Genau. Damit sind wir jetzt wieder im Plus. Damit könnten wir jetzt das Scouting-Büro bauen. 17 Tage haben wir noch Zeit. Okay, dann reißt der mir den Kopf ab. Wir müssen ein bisschen Geld ansparen für das Schwarze Meer. Äh, Auto ist noch nicht repariert worden. Nein, machen wir auch sofort. Fahrzeugreparatur beendet. Sehr schön. So, Heckflügel geschlossen. Sehr gut. Das Problem ist, gegenwärtig können wir nicht mehr Sachen gleichzeitig optimieren. Wir sollten mal wirklich darauf warten, dass hier Sachen... Oh, gucken wir mal. 92%-ige Marktfähigkeit. Was bekommen wir denn dafür? 15 Rennen, 650. Oh. Nur für 6 Rennen. Ah, das da wären hier schon 6,5 Millionen. 9 Millionen. Das wären knapp 10 Millionen hier. So grob überschlagen. Das hier würde schneller auslaufen. Dann könnten wir eventuell noch mal so einen Sponsor anholen. Damit könnten wir halt kurzfristig wirklich sehr viel arbeiten. Weißt du, wir nehmen diese feste Zahlung hier an. Pro Rennen. Dann können wir halt wirklich mal arbeiten. Und dann können wir 6 Rennen lang arbeiten. Und dann ist gut. So, nächstes Rennen läufst du aus. Dann du und dann du. Genau, das ist jetzt soweit abgeschlossen. So, dann müssen wir halt in die Zukunft gucken. Und unser Scouting-Büro erweitern für 5 Millionen. Das Geld bekommen wir ja jederzeit wieder rein. Das ist nicht das Problem. 4 Millionen Schulden. Da wird sich Darren Luff gleich wieder aufregen. So, ich glaube, diese Saison können wir quasi abhaken. Mhm. So, was hast du jetzt mittlerweile für eine Kündigungsfrist? 424.000. Sollten wir uns dann auch noch leisten können. Woodford. Favoriten. Na ja, du bist noch beleidigt 4 Wochen lang. Dann holen wir uns dich. Genau. Mit einem Einjahresvertrag. Weil so schlecht war er ja auch nicht. Oder wir geben ihm einen Zweijahresvertrag. Wir werden sehen. setzen dann Baotang. So, meine Freunde, aber ich würde da mal sagen, das war's jetzt von dieser Folge. Ich bedanke mich bei fürs Zugucken. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich bedanke mich. Tschüss. Danke. Tschüss.